Die lupenreine Karriere eines Kriminellen. Mit 18 Jahren wegen Unterschlagung exmatrikuliert. Bald darauf die erste Haftstrafe von sechs Wochen wegen widerrechtlicher Benutzung fremder Sachen. Mit 22 Jahren ein gewiefter Dieb, Betrüger und Hochstapler, verurteilt zu vier Jahren, von denen er dreieinhalb absitzen musste. Nur wenige Wochen nach der vorzeitigen Entlassung erneute Festnahme, doch erfolgreiche Flucht. Allerdings folgte die nächste Arrestierung bald und diesmal schlossen sich fast viereinhalb Jahre verschärfte Haft an. Karl May ist also ein lupenreiner Kandidat für unsere Scham-Historie. Und das sehen wir uns nach dem Intro an. Auf eine erfolgreiche Resozialisierung von Karl Friedrich May hätte wohl niemand gewettet. Und doch stieg er unter dem leicht veränderten Namen Karl May zum wohl meistverkauften und meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller seiner Zeit auf. Seit 1875 hatte May dank seiner Tätigkeit als Redakteur und Schriftsteller ein eher bescheidenes Auskommen, blieb aber ein Betrüger. Er führte einen Doktortitel, ohne je eine Universität besucht zu haben, und verteidigte diese angemaßte Würde mit allerlei Dokumentenfälschungen, bis er 1904 endgültig darauf verzichtete. Zu drei Wochen Arrest wurde er 1879 wegen Amtsanmaßung verurteilt, wenngleich diese Strafe später aufgehoben wurde. Auch fast die gesamten 1880er Jahre lebte May am Rande des Existenzminimums, hatte immer wieder mit Schulden und mit Rückständen zu kämpfen. Den Durchbruch erlebte er erst 1892, als seine bis dahin in Zeitschriften erschienenen Erzählungen als eigene Reihe unter dem Namen Karl Mays' gesammelte Reiseromane zu erscheinen begannen. Doch der bald riesige Erfolg stieg ihm zu Kopf. Seit 1896, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, gab sich der Autor als authentischer Held seine Romane aus und posierte auf Kostümfotos als Old Shutterhand oder Cara Ben-Nemsey. Allerdings wusste er bald nicht mehr zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und verstieg sich mehr und mehr in die Old Shutterhand-Legende. Er behauptete nicht nur, selbst Old Shutterhand zu sein und die Inhalte der Erzählungen tatsächlich erlebt zu haben, sondern ließ von einem Büchsenmacher sogar die legendären Gewehre anfertigen, die heute im Karl May Museum Radebeul zu sehen sind. Zunächst den Bärentötter und die Silberbüchse, später auch den Henry Stötzen. Entweder man verehrte ihn ob seiner Fantasie und der Spannung, die seine Geschichten durchzog, oder man verachtete ihn als Hochstapler und Märchenerzähler. 1912 starb Karl May in seiner südsächsischen Wahlheimat Radebeul, vermutlich an den Folgen einer Vergiftung durch Blei und Cadmium. Seine Romane blieben populär. Bis heute sollen mehr als 200 Millionen Stück verkauft sein, davon die Hälfte in deutscher Sprache. Für einen Mann mit seiner kriminellen Vergangenheit nicht schlecht. Am Ende blieben für uns schöne Geschichten, welche ich nur empfehlen kann. Und damit sage ich dann wieder Servus, bis zum nächsten Video. Man bis heute soll. Dann fée Loth und Merktein, wenn er nämlich zur Eating B��ig. Man bis heute soll. Das war das Sch Goeysel. then möchte ich natürlich auch sehr gut verkauft sein. N cor mir, dann fée P crimes zu der Party. Gutherrück weiter funktioniert. Hier ist dann viel Atbeschung.